Schiffhausen, anglais ou allemand. Übersetzt bedeutet das? Ah, ich spreche nur Deutsch oder Englisch. Hervorragend. Jetzt werden wir dann gleich testen, wie gut uns die Franzosen verstehen. Da stand gerade irgendwas von Berlin und Süßes. Wir kriegen jetzt erstmal, wir müssen noch nicht bezahlen. Nee, du sagst. An der Abfahrt muss man bezahlen. Warum sitzt da jemand, wenn man nur was zieht? Ich sag jetzt meine ersten französischen Worte zu dem Franzosen. Was sagst du? Ich sag Merci. Ich sag mal Halt, sag mal Punkt, oder? Das ist Film. Okay oder nur Salut. Das ist aber wahr. Haben wir was getroffen? Hallo. Hallo. Hast du Ruhe bezahlen? Erstmal fünf Stunden gegeben. jetzt ich oder oder er oder Aber was ist es schon?